zusammenstellen und ausprobieren. Und wenn ihr möchtet, dann mit unserem Code, der auch auf der Seite steht, 20% Rabatt, dann kostet noch 4 Euro im Monat. Herzlichen Dank an Jim Doe für die Unterstützung. So. Haben wir die Pics für heute. Ich hätte folgendes Problem. Ich habe folgendes Problem. Ich wohne hier nicht im Glasfaser-Gallion, sondern in Glasfaser- Insel, so ohne. Also komisch. Also ihr wisst schon, kein schnelles Internet zu bekommen, sondern nur mehrere langsame Internetzugänge aus Backup- und Angstgründen. Einfach ohne da zu stehen wäre ungut. Deswegen habe ich zwei Leitungen. Einmal von der Telekom 5010, einmal von Kabel Deutschland 112. Also 100-12. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Upload zu kombinieren und zu verbinden. und zu gucken, wie man schneller Sachen ins Netz hochladen kann. Es gibt solche VPN-Anbieter, die solche gebündelten Angebote dann anbieten und wo du sagen kannst, ich verbinde mich mit den zwei Netzwerken über zwei Netzwerk-Adapter, was schon auch nervig ist, muss man auch sagen. Aber habe ich mal ausprobiert, so ein Anbieter. Und war halt die kombinierte Kapazität im Upload nicht 22, wie ich erwartet hatte, sondern so 13. Schön. Und die waren auch nicht mal billig. Also habe ich mir gedacht, ist nicht so toll. Dann kann man natürlich irgendwelche anderen Späßchen machen. Aber dann habe ich jetzt noch mal nachgedacht, nachdem in der Video-Pipeline, die ich für Bits und so habe, es jetzt einige Änderungen anstehen, habe ich mir überlegt, wie ich denn den Upload beschleunigen kann. Und zwar nicht zu einem beliebigen Ziel, sondern zu einem Ziel, das ich selber unter Kontrolle habe, nämlich mal im Server. Und habe da mal so etwas nachgedacht und unter der Dusche sozusagen ist mir die Idee gekommen, was gibt es denn für ein Protokoll, was so große Dateien in kleine Blöcke aufteilt und so Peer-to-Peer-mäßig möglicherweise ins Netz verteilen kann, wo so mehrere Leute haben eine gute Kopie der Datei und wollen die an jemand anders in Blöcken rüberschicken. Was gibt es denn da? Bit-Torrent. Bit-Torrent, richtig. So, was noch besser als blödes Bit-Torrent mit Torrent-Files und schmarrn soll, ist bt-sync. Ja. Das kann man ja sowieso ganz nett verwenden, um Sachen so hin und her zu synken. Und was es aber auch tut, ist, du kannst mehrere Instanzen davon auf einem Rechner installieren in verschiedenen Usern. Das heißt, ich habe meinen normalen Haupt-User und ich habe einen zweiten User, der heißt irgendwie sync. Und die synken schon mal untereinander. Das heißt, es kostet dich auf der lokalen Seite einmal extra Plattenplatz, weil das geht nicht ins gleiche Verzeichnis, weil dir da dieses dot-sync-Verzeichnis reinschmeißen, das muss getrennt sein. Also du musst, wenn du irgendwie ein Gigabyte synken willst, brauchst du auf der Platte zwei. Ja. Und dann weißt du, aber es gibt was, was sehr hübsch ist bei dem BT-Sync-Client, ist, der hat ein Feld, an welche Netzwerkkarte er sich binden soll. Das heißt, im Fall von dem MacBook kann ich jetzt sagen, der Haupt-User geht sowieso über Ethernet dahin und der BT-Sync auf dem Haupt-User soll die Ethernet-Karte benutzen. Und in dem Sync-User, auf dem zweiten User, sage ich, du nimmst bitte mein WLAN. Das WLAN geht zur Telekom, das Ethernet geht zu Kabel Deutschland und ich habe 22,0 Megabit ab. Das ist schön. Das ist ziemlich schön. Und du kannst auch auf dem Server dann, kannst du es ja auch installieren, auf dem Server, der hat irgendwie Gigabit symmetrisch und dann siehst du halt genau so so winziger, kleiner Balken, so 10 und 12, die da reinkommen. Ja, ja, ja. Das ist ziemlich fantastisch und das bedeutet jetzt halt effektiv, ich kann dieses Video-File, das ich hochlade, einfach mal doppelt so viel Bitrate spendieren und es ist gleich schnell oben wie vorher. Und das hilft schon mal, sieht ein bisschen besser aus. Ich hätte ja nie gedacht, vor einem halben Jahr, dass ich das mal sagen würde, 22 ab ist ja niedlich. Ist niedlich, ne? Ich weiß, ich weiß. Aber ja, cool. Und es dauert halt einen Moment, bevor es losgeht, weil sich die beiden User über quasi Localhost, LAN-Sync abgleichen müssen. Das dauert ein bisschen, bis der so diese, weiß nicht, sagen wir mal 10 Gigabyte Videodatei irgendwie gehasht hat. Dauert einen Moment. Dann dauert das nochmal so lange, bis er die lokale Kopie irgendwie rübergezogen hat. Aber sobald die beiden User auf der lokalen Maschine in Sync sind, geht es in die Wolke raus auf den Server. Ist ja aber auch bei Dateigrößen von 1 Gigabyte plus auch völlig irrelevant. Also ich meine, die paar Minuten vorher, die kann man verschmerzen, wenn es halt dann dafür mit doppelter Geschwindigkeit hochschiebt. Ich hätte lieber, sagen wir mal, 40 zum Beispiel ab. Das wäre nett. Vielleicht muss ich dir auch demnächst mal eine Festplatte mitgeben, die du mir dann in die Wolke läst. Und ja, aber es ist schon nicht so schlecht. Es ist natürlich so ein bisschen unelegant und der BT Sync auf dem Linux ist auch so ein bisschen was, 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 was. Ja, ja. Aber funktioniert und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn ihr selbst die Möglichkeit habt, mehrere, also wenn das Problem nicht ist, ich will irgendwie schnell surfen oder ich will schnell Fotos zum Drucker hochladen, dafür taugt das nichts. Aber wenn ihr das Problem habt, auf eine eigene Kiste oder zu, weiß nicht, Backup zu Freunden oder irgendwas zu machen, dann ist das eine ganz nette Möglichkeit. Das funktioniert soweit jetzt ganz gut und man muss halt nur gucken, man muss den BT Sync auf dem Mac, geht vermutlich auch auf anderen Systemen, muss man halt bei dem Binding reinschreiben, sowas wie eher Null für das Ethernet und eher ein 1 für Wi-Fi oder was auch immer, wie die Adapter heißen und dann geht das. Kommst du ohne den Bezahlaccount aus oder ist das irgendein Feature dabei, was den Bezahlaccount erfordert bei BT Sync? Nee, ich wüsste echt nicht, was der eigentlich tut. Also das geht ohne. Mehr Ordner irgendwie, mehr als 10, der wäre mir eingefallen, das Kriterium, aber ansonsten, ich habe es auch nicht gerade parat, aber okay, also das wäre mit der freien Version, du nutzt die freie Version. Ja, also der hat mir irgendwie auf dem Server hat er mir nochmal so 30 Tage gratis pro gegeben, aber benutze ich nicht, also brauche ich nicht und scheint ganz stabil zu laufen und volle Geschwindigkeit ist sehr gut. Also BT Sync, allgemein auch, ich habe auch mal sowas gemacht, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so, auch so zum, kann man tatsächlich machen, hat funktioniert, lokal auf dem Texteditor programmieren, weil irgendwie das, ich konnte da in dem Fall keinen Git verwenden oder sowas, sondern ich habe lokal Dateien editiert und programmiert. BT Sync hat es auf die Kiste rüber geschoben, in die Wolke und auf der Wolke konnte ich es dann kompilieren und das hat auch funktioniert. Ja, also dass du einfach sagst, ich spare mir dieses, sowas wie Transmit Disc oder sowas, um Sachen über SCP dann rüber zu schieben. Sondern es geht auch über BT Sync und es ist gar nicht so, gar nicht so langsam. Also auch, oder du willst deinen Dropbox-Account nicht auf den Server schmeißen, weil dann alles dein Dropbox, wenn der Server futsch geht, dann ist dein Dropbox gehackt und so weiter. Also, schöne Möglichkeiten, sollte man sich vielleicht mal anschauen.